Die SPÖ-Mitgliederbefragung, wer künftig die Führung der Partei übernehmen wird, rückt in riesigen Schritten näher. Bereits am Dienstag tritt die Wahlkommission zusammen und dann fällt offiziell der Startschuss für den Wahlkampf. Von den zwischenzeitlich 73 Herausforderern Pamela Rendi-Wagners dürften aber nur wenige übrig bleiben, galt es doch 30 Unterstützungserklärungen zu sammeln. Mit diesen Namen können die 147.000 abstimmungsberechtigten SPÖ-Mitglieder aber sicher auf den Stimmzetteln rechnen. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Reiskirchens Bürgermeister Andreas Babler reichten genug Erklärungen ein. Doskozil, der den Abstimmungsball mit seinen ewigen Querschüssen gegen Rendi-Wagner überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, will mit der Freundschaftstour durch die Bundesländer auf Stimmenfang gehen. Organisiert wird diese Tour von niemand geringerem als Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der sich als Unterstützer des burgenländischen Landeschefs geoutet hatte. Der in der Parteibasis gut vernetzte Lercher könnte Doskozil auch sonst noch von Nutzen sein, sind seine Unterstützungserklärungen doch sonst eher einseitig, aus dem burgenländischen Umfeld kommend. Ob sich Doskozil auf Landesebene durchsetzen kann, wird auch von seinem Wahlprogramm abhängen. Oftmals wird ihm unterstellt, er würde die Partei in Richtung der FPÖ und ÖVP drängen wollen. Doskozil ist bemüht, dieses konservative Image abzulegen und spricht sich für eine rot-grün-pinke Koalition aus. Auch sonst unterscheidet sich sein Wahlprogramm kaum noch von dem, was Pamela Rendi-Wagner ohnehin auch unterschreiben würde. Auch Herausforderer Andreas Babler, Bürgermeister von Dreiskirchen, fehlt es an allzu prominenten Namen in der Reihe seiner Unterstützungserklärungen. Babler setzte dafür auf Masse statt Klasse und reichte die meisten Unterstützungserklärungen ein. Auch auf Social Media kann Babler punkten. Die Herzen der Bevölkerung fliegen ihm nur so zu. Und das, obwohl Babler für das Amt des SPÖ-Chefs als zu links gilt und man sich parteiintern sorgt, mit ihm wären keine Nationalratswahlen zu gewinnen. Für einen einenden Parteichef Andreas Babler stehen aber seine Wahlerfolge in Dreiskirchen, wo er zuletzt auch FPÖ- und ÖVP-Wähler von sich überzeugen konnte. Die Sozialistische Jugend und die Vorsitzenden der Pensionistenverbände Nieder- und Oberösterreichs haben ihre Wahlempfehlung für Andreas Babler jedenfalls schon ausgesprochen. Betont unbeeindruckt gibt sich nach wie vor noch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Als einzige Frau auf dem Stimmzettel setzte sie auf eine rein weibliche Liste an Unterstützerinnen. Darunter große Namen wie die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures oder AK-Chefin Renate Anderl. Eine große Wahlkampftour ist jedenfalls nicht geplant. Rendi-Wagner konzentriert sich lieber auf ihre Tätigkeit als Parteichefin und Oppositionsführerin. Wahlkampf wird im besten Fall also nebenher bei Auftritten im Rahmen ihrer täglichen Aufgaben gemacht. Von 24. April bis 10. Mai findet die Mitgliederbefragung schließlich statt. Dann wird sich zeigen, welchen Weg die SPÖ in Zukunft gehen wird.